ja ein herzliches willkommen zurück auf meinem kanal heute mal wieder ein review endlich nach längerer zeit ich habe jetzt ein paar andere videos gemacht weil ich da einfach gerade lust drauf hatte also bei mir geht es da so ein bisschen nach wo ich gerade quasi das meiste interesse daran habe und weil ich sehe ihr mögt irgendwas auch gerne gerade die her der ringe sachen die machen wir extrem viel spaß aber es werden natürlich jetzt auch wieder reviews kommen ihr seht da hinten links in der ecke schon ein paar kartons es wird wahrscheinlich am freitag ein haul video mal wieder kommen zum friday da könnt ihr euch auf jeden fall schon darauf freuen aber jetzt kümmern wir uns mal um das dritte von den für mich drei glorreichen sets ich habe ja euch schon die transformationskammer von der karbonitkammer und die transformation von darf weiter gezeigt zwei super sets wie ich finde und das hat gehört genauso wieder in diese riege denn das sind alles so 30 euro sets gewesen schöne minifiguren drin eine schöne ikonische szene und ich weiß prequels sind bei vielen nicht so sehr beliebt ich verstehe immer noch nicht so ganz warum es gibt natürlich ein paar bescheuerte sachen das kann man gar nicht anders sagen ja da binks muss ich glaube ich nicht erwähnen es gibt aber auch viele coole sachen daran und generell mal die geschichte so zu sehen wie das alles vor vor dem imperium war mit den ganzen jedi und so das gefällt mir eigentlich extrem gut muss ich sagen ihr wisst wenn ihr meinen ranking gesehen habt meiner top 10 star wars minifiguren von allen was meine lieblingsfigur ist die ist eventuell in diesem set ich möchte euch das jetzt nicht verraten guckt euch einfach zu ranking noch mal an aber vielleicht könnt ihr euch schon denken und wir sind in teil 1 eine dunkle bedrohung oder a phantom menace menace ihr wisst wie es auf englisch heißt und wir sind quasi im entscheidungskampf zwischen darf mole obi-wan und qui-gon ich finde diese szene einfach sehr cool für mich ist das einer der besten lichtschwertkämpfe den gesamten star wars franchise ich habe jetzt klone wars natürlich nicht gesehen aber ich denke mal auch trotzdem trotz klone wars wird das wahrscheinlich einer der besten kämpfe sein mit den coolsten charakteren auf jeden fall aus den prequels und ich würde sagen fangen wir mit den minifiguren mal an die in anführungszeichen langweiligste figur sage ich mal ist obi-wan ist aber trotzdem cool also der print wie gesagt ihr star wars fans ihr könnt euch echt glücklich schätzen was die sich bei den minifiguren für mühe geben bei euch und generell solche sets ich kann es immer nur wieder bei her der ringe sagen ich weiß ja nicht ich würde auch keine ahnung 40 50 euro für so ein set im her der ringe universum bezahlen mit drei vier minifiguren das ist eine das ist echt cool was star wars da die letzten jahre teilweise gemacht hat man sagt dass sie diese die letzten ein zwei jahre vielleicht ein bisschen schwächeln aber gerade diese kleinen sets finde ich immer noch super und beine immer bedruckt der torso ist cool das mit der hautfarbe das kriegen die nie richtig hin also ihr seht das eigentlich müsste das hier freie nackte haut sein und die ist irgendwie orange fast so wie die haare und das gesicht ist so ein bisschen bleich aber obi-wan natürlich eine der coolste minifiguren minifiguren ja charaktere eher minifiguren vielleicht nicht die hier unbedingt er hat ja noch sein angriffslustiges gesicht ich finde generell die obi-wan-figuren mit dem bart also quasi aus dem zweiten dritten teil so die finde ich deutlich besser als die hier weil ich finde man kann das jetzt nicht unbedingt hundertprozentig als obi-wan erkennen also da passt für mich die frisur und alles nicht so richtig aber gut das muss ja jeder selber wissen dann eine sehr coole minifigur und das ist darf mole nicht nur eine coole minifigur auch ein sehr cooler charakter auch ähnlich wie bei qual-gon leider nur in den film im ersten teil vorgekommen und danach gestorben in anführungszeichen äh da hat er noch irgendwie in clone wars meine ich oder rebels hat er irgendwie noch ein paar auftritte in dem han solo film war ja in der end credit scene auch noch zu sehen aber es ist eine super minifigur die gab es auch noch in einem micro fighter damals für 10 euro hat man so einen micro fighter mit darth mole gekriegt das ist natürlich richtig genial äh auch hier beine bedruckt äh sehr film getreu auch mit seiner krone oder was auch immer das sagen soll ihr wisst das wahrscheinlich besser als ich äh mit seinem gesichtsdruck und der ist schon eine coole minifigur mit seinen zwei lichtschwertern da kann mir vielleicht auch mal einer von euch erklären wieso hat der den ersten kampf den er gegen qual-gon gekämpft hat nur sein eines lichtschwert gehabt und dann auf einmal zwei wusste der dass er gegen zwei jedis kämpft und hat es deswegen umgebaut oder wollte der das nur testen also das weiß ich jetzt nicht keine ahnung könnt ihr mir gerne wenn ihr das wisst in den kommentaren schreiben und dann haben wir natürlich noch mein highlight qual-gon jinn ist vielleicht meine lieblings star wars minifigur wissen wir aber noch nicht genau ja ich mag den charakter in den filmen ich mag den schauspieler Liam Neeson ich finde die rolle die der hat einfach genial und es ist ja bestätigt worden von den produzenten und regisseuren und George Lucas und allen wenn er nicht gestorben wäre wäre Anakin Skywalker wahrscheinlich niemals Darth Vader geworden weil qual-gon einfach wie soll man das sagen der hat nicht die jedi verkörpert und diese strengen regeln sondern er hat sich auch von seinen Gefühlen und Emotionen so ein bisschen leiten lassen und das ist natürlich für jedis man darf keine Emotionen haben man darf keine Liebesbeziehung haben das wisst ihr ja ihr wisst auch ich kenne mich eigentlich mit star wars charakteren und sowas nicht so extrem gut aus aber wenn mich ein charakter interessiert und fasziniert und begeistert dann lese ich da auch mal nach und beschäftige mich auch ein bisschen mit der figur und ich denke das stimmt tatsächlich wenn der nicht gestorben wäre wäre das alles anders gelaufen er war ja auch kein Mitglied vom jedi rat gerade wegen seinen ansichten und alles aber trotzdem sehr hoch angesehen und also ich ich hoffe in der Obi-Wan Serie die ja erscheinen soll dass Qui-Gon in ein paar Folgen zumindest als Machtgeist irgendwie kommt ja seine Stimme ja da wäre ich jetzt nicht so begeistert von oder irgendwie ein paar Flashbacks wo er nochmal als Schauspieler auch Liam Neeson zu sehen ist das wäre extrem cool finde ich dass man nochmal ein bisschen die Beziehung so zwischen den beiden kennenlernt denn Yoda hat ja damals im dritten Teil am Ende gesagt ja ich habe einen Freund mit dem du noch reden kannst ein paar Übungen für dich und da sagt er auch ja ich kann mit Qui-Gon sprechen und so und da da fehlt mir so ein bisschen was ich weiß nicht ob das dann in Rebels oder Clone Wars aber Clone Wars ist ja zwischen zweiten und dritten Teil da müsste irgendwie das nochmal ein bisschen aufgegriffen werden das wäre extrem cool ja und natürlich haben wir hier dieses bisschen erschrockene ich wurde gerade erstochen Gesichtsausdruck den Gesichtsausdruck aber auch hier wieder Beinprints das wie gesagt das mit der Hautfarbe das raffen die irgendwie nicht so ganz aber eine sehr coole Minifigur ich liebe die einfach ich bin so froh dass ich das Set habe das Set übrigens habe ich damals auch original verpackt noch bei Ebay für den Originalpreis gekriegt also für die UVP von damals das gibt es aber auch gebraucht also wenn ihr zum Beispiel sagt ich möchte eigentlich hauptsächlich die Figuren haben dann guckt mal ob ihr das Gebrauch findet Ebay Ebay Kleinanzeigen ich kann euch das immer nur wieder empfehlen wie gesagt in dem Haul Video was ich mache da werden auch einige gebrauchte Sets dann noch kommen die ich euch dann zeige wenn die dann bis dahin hoffentlich angekommen sind und die habe ich auch zu einem sehr guten Preis gekriegt obwohl die eigentlich mittlerweile schwankteuer sind und ja das mit den Luftblasen hier in den Lichtschwertern viele stört das mir ist das eigentlich relativ also ob das jetzt da drin ist oder nicht das ich finde das jetzt nicht so schlimm ich freue mich über die Minifiguren und dann haben wir natürlich die Szenerie in der wir uns befinden ich denke mal viele kennen das noch ich kann das ja mal so ein bisschen also die kämpfen hier dann und dann kommen die in die Richtung dann können wir hier einmal dran ziehen dann haben wir natürlich die Szene in der Qui-Gon hier quasi meditiert und dann müsst ihr euch vorstellen das hat man ja nochmal hier und da ist dann quasi Obi-Wan dahinter und wenn wir das dann aufmachen dann muss jetzt hier Obi-Wan quasi mit zugucken wie Qui-Gon allein gegen Darth Maul kämpft das dürfte dann ungefähr hier sein und hier trägt es sich leider zu dass Darth Maul einmal den guten Qui-Gon aufspießt eine ein bisschen traurige Szene finde ich gerade wenn man bedenkt Obi-Wan liebt seinen Meister ja eigentlich also er ist eigentlich ja die haben eine extrem gute Beziehung und dann zuzusehen und nichts tun zu können weil er hier hinten gefangen ist ist natürlich auch krass so der ist dann quasi tot den legen wir jetzt mal weg weil da zu wenig Platz ist und dann können wir das dann nachspielen dann kann man das hier gut nachspielen ich spiele das jetzt nicht nach eigentlich aber ich zeige euch nur mal die Szenerie und dann sieht es ja erst so aus als ob Obi-Wan verliert dann hängt er hier quasi so am Schacht und das kann man ganz gut nachspielen denn es gibt hier so eine Funktion wenn das funktioniert dass der hier hochfliegt dann ist das quasi wie dieser Sprung den er macht dieser Machtsprung und dann teilt er ja quasi Darth Maul einmal in zwei Hälften und der fliegt dann hier rein und alle denken eigentlich dass er tot ist habe ich tatsächlich auch bis vor ein paar Jahren noch gedacht bis ich dann irgendwann gehört habe ey der ist ja ein Klon wo ist immer noch da habe ich mich gefragt wie hat er das überlebt aber gut das können sicherlich die beantworten die Klonen wo ausgucken ansonsten also der Bild ist relativ leicht das ist leider ein Aufkleber da muss ich ehrlich gesagt sagen das verstehe ich gar nicht warum die das nicht als Print gemacht haben weil sowas kann man wenn man eine Star Wars Welt baut oder Raumschiffe sowas kann man noch top verwenden also das kann doch in jedem Raumschiff eigentlich irgendein Raum sein entweder ein Labor oder sowas also weiß ich nicht warum das unbedingt ein Aufkleber sein muss aber das ist ja bei Star Wars generell ein Problem bei Lego dass sie viele Sachen mit Aufklebern lösen obwohl man die Sachen thematisch natürlich gerade in Star Wars anderweitig meistens auch noch verwenden könnte aber ja die Funktion hier ist relativ simpel also man muss hier einfach nur reindrücken oder rausziehen damit die diese Laserstäbe sich quasi öffnen oder schließen die Plattform ist ganz cool gebaut ich mag diese Teile hier diese Slopes sind es glaube ich oder Slope Bricks oder wie auch immer die heißen das ist eine coole Sache also allein auch für die Teile habe ich ja euch bei den anderen Sets auch schon gesagt sind die Sets auch nicht schlecht also man es ist nicht nur so man muss 30 Euro ausgeben oder muss er damit 30 Euro ausgeben für die Minifiguren sondern man hat auch Teile gekriegt die man auch noch irgendwie anderweitig verwenden könnte also es ist eigentlich wirklich ein rundum gutes Set was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann wenn ihr die Minifiguren mögt wenn ihr die Prequets mögt und wenn ihr diese Szene vor allen Dingen mögt ist das ein super Set guckt dass es irgendwo günstig bei Ebay Ebay Kleinanzeigen schießt wie gesagt ich habe euch ja schon mal gesagt es kann auch mal sein dass es wirklich nah an der UVP oder zur UVP angeboten wird original verpackt und dann würde ich auf jeden Fall auch zuschlagen also ich finde 30 Euro auch für die anderen beiden Sets ist vollkommen gerechtfertigt das ist für mich ein super Preis es ist schade dass es sowas in dem in dem Maße nicht mehr unbedingt so gibt man müsste einfach alle ikonischen Szenen entweder einmal durchgehen oder wenn keine Ahnung wenn die schon 10 Jahre her sind ich habe vor 10 Jahren kein Lego Star Wars gesammelt dann müssen die das halt alles einfach mal ein bisschen verbessern noch ein bisschen näher an Föllen bringen vielleicht noch ein zwei andere Minifiguren reinpacken und diese Sets dann nochmal auf den Markt bringen da würde selbst ich dann auf jeden Fall nochmal zuschlagen gerade bei den Prequels bekommen wir ja quasi gar nichts was ich ein bisschen schade finde und ja aber wie gesagt das ist ein cooles Set wir können auch nochmal kurz in die Anleitung gucken also wie gesagt der Aufbau ist natürlich wie immer gar kein Problem also ich weiß nicht ich glaube maximal 20 Minuten habe ich gebraucht wenn überhaupt obwohl es drei Bauschritte sind also für mich hätte man das alles in eine Tüte packen können aber man muss natürlich bedenken dass es auch immer wieder neue Ansteiger gibt und für die ist es dann natürlich noch deutlich einfacher so dann haben wir hier mal ein paar Sets wo ich zum Beispiel auch sagen würde wieso hat man denn sowas nicht mehr das hier ist ein Battle Pack mit zwei sind es Stormtrooper ja ne ja sind es Stormtrooper genau dann hier ein Resistance Battle Pack wie es aussieht dann haben wir hier unser Set dann haben wir hier so zwei Raum achso das ist hier Jodas TIE Fighter oder so kann das sein dann auch sowas hier ja man braucht auch was für die Rebellen ist doch klar ein Y-Wing und dann haben wir hier nochmal das finde ich auch ganz cool das ist ja ähnlich wie bei Herr der Ringe damals gewesen da hat man hier noch so eine Gesamtübersicht welche Minifiguren alles in den Sets drin sind man weiß dann auch welches Set kaufe ich mir damit ich die Figuren habe die ich haben möchte das finde ich auf jeden Fall extrem cool ich weiß nicht ob das ich glaube heute ist das teilweise immer noch so mit den Minifiguren nicht unbedingt aber mit den Sets das steht ja meistens auch in den Katalogen welche Minifiguren in welchen Sets drin sind ja Teilelisten das wisst ihr ja auch alles und ja also wie gesagt ich bin begeistert von dem Set vielleicht auch ein bisschen Nostalgie von mir noch damals von dem Film aber jetzt seid ihr gefragt was haltet ihr von dem Set und wenn ihr jetzt vergleichen müsstest welches der drei Sets die ich euch jetzt vorgestellt hatte also die Karbonitkammer die Darth Vader Transformation oder das Duell auf Naboo welches ist euer Favorit welches ist eure Rangfolge für mich ist tatsächlich das Duell auf Naboo ganz knapp vor der Darth Vader Transformation und danach kommt die Karbonitkammer bei der Karbonitkammer habe ich ja schon ein bisschen deutlicher erwähnt da ist eigentlich Boba Fett das Highlight der Build ist okay man kann die Teile gut verwenden aber ist trotzdem deswegen nur auf dem letzten Platz weil ich finde bei den anderen beiden Sets hat man alle Figuren die wirklich was taugen die gut sind und die man auf jeden Fall auch weiterverwenden kann da ist es Boba Fett den Han Solo und den äh Gott wie hieß er Naug Nauga oder so ihr wisst es Bonaut irgendwie keine Ahnung wie der Arbeiter hieß ihr wisst es ja selber gut alles in den Kommentaren wenn euch das Video gefallen hat gerne ein Like oder ein Abo dalassen es kommen auch weitere Herr der Ringe Sachen auf jeden Fall ich werde immer mal wieder ein Star Wars Set vorstellen gerade die kleineren finde ich sehr interessant auch den TIE Fighter und natürlich das Mandalorian Set da muss ich mal gucken dass ich das so für 20 Euro kriege dann werde ich mir das auf jeden Fall auch besogen und ich hoffe ihr habt eine schöne Zeit und ihr schaltet bald wieder ein dann würde ich sagen bis bald und ich Также